So, das ist jetzt der Beginn, die Athenastraße. Ich hätte ihn mal erreichen können. Für Leute, die einen Haufen Kuhle haben. Weil man sieht, die Geschäfte sind alle zu. So, ein paar hübsche, sauteure Schuhe. Schaut doch schön kauf. Oh, Burberry, Thomas, da hinten Bartu, Karrierschuh-Geschäft. Das drüben ist ein Sportenhaus, eine Wirtschaft. Teure Schuhe für die Dame, 449 Mäuse. Die Schwarzen da unten rechts. Die Pläne für 399 Mäuse sind alle von schlechten Eltern. Ei, ei, ei. Für die verwendeten Luxus-Fussis. Die Pläne für 399 Mäuse sind alle von Schuhe-Geschäft. Die Pläne für 399 Mäuse sind alle von Schuhe-Geschäft. Zum Franziskana, Fuchsensturm ist zu. Nicht einmal was zu mitnehmen. Ei, ei, ei. Da ist der Dekono. Ei. Ei. Da ist der Dekono. Ei. Der Dekono für die Schule. Der Dekono für die Schule. Der Dekono für die Schule. Hier. Ja. Secken wir jetzt nicht. Spiegelt der Hintergrat. Ist ja wascht. Kann man ja nicht leisten. Ei, ei, ei. Und das ist ja schön gesagt. Naja. Es wird schon mal besser klar. Aber wir schon sind okay. Die können wir abziehen. Wie teuer sind dieses Euro-Schuhwerk? 590 Mäuse. Für das, dass ich ein Hafer Geld ausgeben soll, ich brauche eine Werbung laufen, ich weiß es nicht. Tiffany & Co. Patrick Philipp. Die Torensachen schmucksack sind fremd. Schuhe für 790 Mäuse. Schick. Hier haben wir Prada Level, sieht man es gut. Ja genau, hier Prada. Bis man da dann kommt. Wir haben dann hier Münchner Oper, Staatstheater. Das heißt, der Zigarrensechbauer war dazu. Schauen wir mal. Sie sind. Da ist Tal Harna zu. Da haben wir die Residenz. Maximilianstraße. Maximilianstraße. Das ist ein paar Mal.